Yo Leute, was geht ab? Wir spielen Minecraft Survival Games mit Motze Hotze auf dem Mineplex-Server, der heute irgendwie extrem negativ auffällt. Ich lauf zum Tor raus. Die Performance ist heute eigentlich nicht geboten, leckt die ganze Zeit, stürzt ab, also der Server war jetzt zwar eben down. Wir haben nämlich jetzt irgendwelche Updates drauf gespielt, dass man, ja okay, ist natürlich klar, dass sie so ein bisschen Werbung machen wollen, aber es ist einfach so, ich habe eine Waffe. Ich habe auch schon eine Goldachse. Okay, ist jemand hinter uns? Nö, ne? Doch, einer ist hinter uns. Sollen wir den gleich noch bekommen? Du hast eine Goldachse, es gibt doch gar keine Goldachse, oder? Doch, gibt es. Klar gibt es eine Goldachse. Kommt der hoch? Nö, ne? Ich habe gerade kein Auge auf ihn. Oh, geil, ich habe ein Eisenschwert. Ja, nice. Game durchgespielt. Gleich nächstes Game. Ich habe hier richtig viel zu essen gefunden. Ich esse ihn jetzt, hört mal. Steinachstättich, falls du brauchst, hast du wahrscheinlich schon getrunken. Äh, ich habe selber eine Steinachse, ja. Das wirst du, ne? Schon wieder unfaken, ohne Waffe drum laufen, wenn einer in die Nähe kommt, zack, zack, kriegt er die Steinachse ins Gesicht. Aber wir haben genug zu essen schonmal, das ist das Wichtigste. Äh, ne Waffe haben wir auch, das ist auch das Wichtigste. Es wird so viele Sachen hier am wichtigsten sind. Da ist die Kiste. Ne Goldhose. Du hast ne Goldhose. Hm, ne Goldhose habe ich, aber ich habe nen Goldhelm für dich, wenn du brauchst. Ja, ich würde, äh, nehmen. Den würde ich doch nehmen und verzehren. Oh, bist du, ich bin noch bei den Häusern. Ja, ich komme da hoch. Ich war hier in meinem Geheimversteck bei den vier Kisten, wo diesmal nur zwei gespawnt sind. Ich gucke mich nochmal in den Kisten, äh, hier in den Häusern um, ne? Ja. Ich gucke mich hier noch ein bisschen in den Vorhof um. Ähm, Goldschuhe, äh, für mich. Lederschuhe hätte ich für dich, wenn du noch brauchst. Jo, Junge. Jo, Junge. Oh, hier sind auch nochmal zwei Kisten. Geil in den Brust. Schau mir hier. Oh Gott, diese Kiste, die ist richtig gut versteckt. Mit Kettenrüstung. Perfekt. Was will man mehr? Ganz ehrlich, Matze, was will man mehr? Da oben war was zum Bauen, war leider keine Kiste. Da, hier ist nix im Haus. Okay. Es stirmt da ganz, ganz viele Leute. Mhm. Finde ich aber gut. Ich will auch noch ein paar töten. Boah, ich habe einen Eisenhelm gefunden, an dem einfach alle vorbeigelaufen sind. Cool. Ich geh nochmal zurück, ne? Und dann gegenüber in die Mine. Hier sehe ich gar keine irgendwie. Sind die schon alle tot? Nehmen knapp noch zwei, vier, sechs, ne? Neun. Neun Länder. Hier war schon jemand. Okay, ich bin auf der Spur. Oh, ich habe einen Diamant gefunden. Aber nur einen einzelnen halt. Da brauchen wir noch einen Stock und einen zweiten Diamant. Ich geh mal hier auf die Verfolgungsjagd. Hier war nämlich einer. Alle Kisten sind hier leer. Bin mal gespannt, ob ich hier jemanden noch finde. Ich habe leider nur ein Holzschwert. Ich werde mal gucken. Ist hier jemand? Ich sehe jetzt hier keinen. Schade. Oh, ich muss essen. Ich muss dringend essen. Der Kuchen füllt ja genau die Hälfte deiner, deines Hungers auf, ne? Das ist ja mega gut gemacht. Echt? Ungefähr. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, genau die Hälfte. Aber es ist ungefähr die Hälfte. Bin jetzt bei der Mine. Ich habe einen Verzauberungstisch gefunden. Der ist um in der Mine. Ich klette mal einfach ganz nach oben. Hier war ich noch nie. Das ist hier gar kein PvP. Das ist ein PvE. Das machen wir Kunden. Ein bisschen. Mal gucken, was wir sonst hier noch sagen. Da geht es noch weiter nach oben. Oh Gott, wenn ich nach unten falle. Das wird böse. Da oben sehe ich dich klettern. Ja. Schon mal vor der Schieße. Seid ihr schon alles gelootet? Ähm. Ich weiß gar nicht. Jetzt nicht so besonders. Goldachs. Flederhelm. Warning. Collapsed Cave. Was labisch. Ah, guck mal. Da war ich, als ich dich letztens unten gesehen hatte. Echt? Ja. Das hier ist aber bestimmt übersehen. Ja. Hier, was ich hier gefunden habe. Das ist nur ein Ambus. Okay. Wieso gehen Leute denn hier hin? Noch weiter nach oben geht es hier nicht, oder? Nee. Okay, dann können wir eigentlich runter gehen. Also hier ist jetzt nichts besonderes. Aber wie mache ich denn das? Ich bin gut. Ich bin richtig gut. Da stirbt wieder einer. Das war gar nicht so weit weg. Das war etwas unter uns. Lass uns einfach hier quirlen. Da unten, da unten ist einer. Warst du genau unter uns? Äh. Ich bin genau unter dir. Dann, ich habe hier aber noch einen gerade gesehen, oder? Nee. Das warst du dann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da zwei Namen gesehen habe. Ich werde dich jetzt gleich von hinten getötet. Ach. Gut zu wissen. Oh Gott. Hier ist schon... Ah, zum Glück gibt es hier Rüstung. YOLO! Boah. Das war knapp. Ich hätte noch Gold-Rüstung für dich. Brauchst du irgendwas? Also Gold-Oberteil hätte ich. Nee. Ich bin eigentlich ganz gut gekült. Lass uns schnell, ähm... Ach. Deathmatch? Ach. Lebt nur noch ein einziger. Ja. Ja. Geile Folge. Sag ich mal hier, ne? Ein bisschen PvE im Survival-Game. Ich werde grad vom Eis attackiert. Ach, guck mal. Hier ist einer gestorben. Ich habe sein ganzes Gier. Sogar eine Chain. Ähm... Jetzt habe ich das einzige Item weggeworfen, was ich aus dem Dinos brauchen würde. Eisenschwert war dabei. Hat er mir alles gelassen. Sag ich doch mal Dankeschön, oder? Da sage ich doch mal Dankeschön. Du bist nett von ihm, ja. Du guck dich mal eben. Ich werde das mal testen. Okay, 116 Meter. Komm. Wir gehen den töten. Ich weiß, wo der ist. Da, ich sehe den sogar. Nee, ich sehe den nicht. Das ist ein Baum, den ich sehe. Wo ist er denn? Was ist irgendwo? Sag mir, wenn ich crouchen soll. Nein, ich sehe den nicht. Aber ich sehe zwei. Was sind denn zwei? Der hat bestimmt einen Hund. Oh, hier ist eine Kettenhose und sowas. Habe ich erst mal gesneakt. Komm, scheiß. Wir töten den. Ah, da ist auch Deathmatch gestartet. Oh, der hat ein... Ah, da unten ist er da unten. Ja, der hat einen Hund dabei. Ich gehe voll auf den. Ich lasse das nicht zum Deathmatch kommen. Ich bin noch ein gutes Stück entfernt. Der hat einen, der hat einen Aimbot an. Der hat einen Aimbot an. Echt? Ja. Der hat diesen Aimbot an. Der war gerade auf K am Tippen. Und auf einmal haut der mich. Was ein Drecks Cheater. Schreib dir mal Cheater, bitte, in den Chat. Ich verfolge ihn gerade. Ich versuche ihn gerade zu erwischen, von hinten. Gott. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Oh Gott, ich habe jetzt mega Hunger. Ja, siehste. Der hat einen Aimbot an. Wenn ich stehen bleibe, bin ich tot. Ich komme nicht hinterher. Ah, Cheater, man. Cheater. Cheater. Fuck you. Ja, Alter. Der hat diesen Aimbot an. Richtiges Bastard-Gesicht. Ich hasse solche Leute. Ich hoffe, die sterben in der Hölle. Mann. Guck mal. Ich habe ihn nicht gesehen. Der größte Cheater auf Erden. Wie kann man so einen kleinen Schwanz haben? Ekelhaft. Richtig ekelhaft soweit. Naja, Leute. War eine kleine PvE-Folge mit einem Cheater in Minecraft. Wahrscheinlich wurde dem Call of Duty zu langweilig. Ist er zu Minecraft gewechselt. Scheiß drauf. Nächstes Mal mehr Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.